Also hier ist nichts und hier ist der Magier-Turm. Ihr seht, wie die laufen, oder? Du warst auf der Stelle irgendwie. Und ja, da hing er jetzt. The tower looks impregnable. An assault will attack too much attention. We must find a way to get inside quietly. We could dig an underground passage. Good idea. I see a suitable cave over there. I've heard about creatures that dig underground passages. I wonder if we can find some. Hm. Mine. Aber ja, erstmal gehen wir zum Elfenlager. Da, Master. Da, Master. Also ja, wir holen uns jetzt mal die Kugel hier. Das ist nämlich der Typ, der muss nur zu seinem Boot runter. Zurück. Ja,随her. Ja, mein Gott. Ja, ja, ja. Oh, ja. Ja. Gott, du bist. Ja, ich habe ihn als Gegenteil. Scherz, du bist wirklich, du bist. Ich habe ihn als Gegenteil. Ja, ich habe ihn als Gegenteil. Oh, ja. Töte die Höhlenmonster Ah, jetzt müssen wir auch den Palast im Friedhof da zerstören Briston Ich habe dir den Höhlen genommen, was du gefragt hast Wo sind deine Freunde? Ich nehme den Höhlen zu Aldergoth Es ist die Unmutter! Die Unmutter! Hilf mir! I've got one more orb now Tötet die Höhlenmonster Gefräßige Höhlenmonster Ach, da oben Also Aldergoth hat nichts Briston Auch Nahrung Menschendorf Auch gerade auch nichts Äh... Jetzt marschieren wir aber erstmal hier hinten zu den Elfen Machen den den Gar aus Mit unserer langsam hinkenden Armee Ah... 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 Niesa... Deshaun miras... Niesa... Deshaun miras... Oh, ja. Oh, ja. So ein Glück korrumpiert das Ganze nur das Lock und die Karte, aber nicht die eigentliche Sache. Also, dass die Quests überhaupt nicht mehr gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass was Böses passiert, wenn ich die einsammle, oder? Ja, könntet ihr dann aufhören, auf meine Leute einzuhauen und... Ich habe sie auch schon... Ich habe sie auch schon... er redet immer sehr interessantes zeug aber gut das erklärt was hier so das problem ist mit dem bäumen das ist wenn elf ausgerottet auch hier ist noch eine geisteraue vorher die sollte aber dieses mal kein problem sein mit der anzahl an einheiten briston ist noch neutral können wir uns mal wieder neue truppen hier holen ich habe so das gefühl an der geisteraue und an dem elfen lager verlieren wir die 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 der wolfshölle ist ja auch noch versteckt irgendwo ich habe meinen schreckensmacher das ist nicht so toll laden wir den quicksave auf das wieder auf sie sind noch da die quest interessant kommen die wölfe von ihr gehen wir erst hier gucken und mich nervt das wie langsam meine trocken sind was ist das nur also ja das ist eine volksgrube hier das sind riesen zombi das ist hier 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 weg weil ich glaube wir kommen von hier aus nirgends raus hier 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 das elfen hier das elfenlager sein hier hier wie das hier Ja, Mastur. Ja, Mastur. Ja, ich spiel sie. Ich spiel sie. Ich spiel sie. Ja, Mastur. Ja, Mastur. Die Helfen sterben zum Glück ziemlich schnell. Ja, Mastur. Ja, Mastur. Ja, Mastur. Mastur. Ja, Mastur. Wissensschrift wollen sind immer gut. Ja, Mastur. 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 Ja, Mastur.